Hallo, ich bin's wieder, Gaby Fastner. Herzlich willkommen heute zu unseren Beachbody Workouts. Wir werden uns ab heute 10 Tage lang sehen, an unserem Beachbody arbeiten. Jedes Workout hat eine Länge von 30 Minuten und natürlich ist diese 10er Folge, es sind immer 10 Folgen, wieder aufeinander abgestimmt. Das heißt, du kannst entweder einfach jeden Tag mit mir trainieren oder jeden zweiten Tag. Das kannst du natürlich selber bestimmen, je nach Zeit, Lust und Laune. Diese Playlist findest du immer auf meinem YouTube-Kanal. Und ab heute wird eben jeden Nachmittag ein neues Video wieder online sein. Du kannst das jederzeit und überall machen, auch im Hotelzimmer, denn wir werden nur eine Matte brauchen und sonst gar nichts. Und ich selber und ganz viel Lust, dich zu bewegen, hoffentlich. Also viel Spaß, wenn was nicht so geht. Mach Pausen, gönn dir eine Pause und setz dann einfach wieder ins Training ein. Richte dich auf, heb dein Brustbein, natürlich für unseren Beachbody. Atme zuerst ganz tief ein, nimm die Arme nach oben, atme aus und lass dich locker fallen. Beine ein bisschen öffnen, tief einatmen und aus. Nase ein und Mund aus. Noch einmal tief ein und jetzt bleibst du hier und streckst und räkelst dich nach oben in Richtung Decke. Handflächen, Handrücken. Zieh dich lang. Heute werden wir den ganzen Körper einmal durcharbeiten. Bauch, Beine, Arme, Po, alles eigentlich. Rücken. Locker deine Arme aus und geh am Platz. Roll deine Füße ab. Wir machen unsere Gelenke bereit fürs Training. Roll die Füße ab und die Arme schwingen. Ganz entspannt neben deinem Körper. Aber versuch ganz bewusst deine Fußspitzen wegzudrücken vom Boden. Also nach vorne drücken. Dich aufrichten. Achte gleich schon mal darauf, deinen Bauchnabel sanft nach innen zu ziehen. Deine Körpermitte. Jetzt nimmst du deine Knie nach außen. Fußspitzen, Knie nach außen. Und nochmal wieder nach vorne. Nach außen. Nach vorne. Nach außen. Und da bleibst du jetzt und öffnest deine Beine. Weiter in der Grätsche. Zieh immer noch deine Knie so richtig hoch. Schwing die Arme locker. Und verlagere nun dein Körpergewicht von rechts nach links. In deine Schulter. Einfach im Wechsel nach oben. Große Bewegung. Hochziehen und fallen lassen. Dann kreisst du die Schulter zurück. Rechts und links im Wechsel. Und noch einmal die Schultern hochziehen. Vier Stück. Und kreisen. Und kreisen. Hochziehen. Kreisen. Größer werden. Ellbogen. Gleich mal beide Ellbogen. Beide Fersen hoch. Richtig groß die Bewegung. Fallen lassen. Dann tippst du nochmal außen. Rechts und links. Erst enger. Und tippe nach vorne. Arme gehen weiter. So. Bereit? Bisschen warm. Super. Dann lässt du deine Arme jetzt weg. Lockerst aus. Bleibst hüftschmal stehen. Und wippst erstmal locker mit den Knien. Schau, dass die Knie Richtung Fußspitzen zeigen. Und setz jetzt dein Gesäß nach unten ab. Richtung Ferse. Arme nach vorne. Nach oben schiebt dich dein Po. Also tief und hoch. Tief und Po schiebt an. Gibt einen knackigen Po. Also ganz bewusst nach oben schieben. Schau nochmal, dass die Fußspitzen. und Knie mal auf einer Linie bleiben. Vier noch. Drei noch. Zwei noch. Einen. Und jetzt bleibst du unten. Bleibe hier. Heb deine Fersen an. Nimm deine Fersen wieder tief. Und schieb dich hoch. Nochmal. Einmal tief. Fersen heben. Tief. Und hoch. Wenn die Muskeln brennen, wissen wir, dass wir trainieren. Das dürfen sie ruhig. Tief. Ferse. Tief. Und hoch. Super. Ganz geraden Rücken. Ein bisschen noch. Wenn es nicht mehr geht, wie gesagt, Pause einlegen. Alles gut. Noch vier Stück. Vier. Denk daran, den Rücken gerade zu halten. Drei noch. Zwei noch. Ferse. Und jetzt bleibst du hier unten. Die letzten acht kleinen. Acht. Sieben. Sechs. Fünf. Vier. Drei. Zwei. Und löse. Locker am Platz gehen. Gespürt? Gut. Dann rollst du jetzt die Füße am Platz ab. Ganz, ganz locker. Becken in die Mitte. Nochmal aufrichten. Und eine Runde für noch schönere Schultern. Deine Arme zur Seite. Und jetzt schieb deine Hand Flächen nach außen. Das heißt, du tust so, als würdest du da nach außen eine Wand wegschieben. Ein bisschen Tempo. Genau. Dein Nacken ist entspannt. Schultergürtel ist entspannt. Immer noch. Sieben. Sechs. Fünf. Vier. Drei. Vorsicht. Halte die Arme außen. Halte. Und kreise. Ganz klein. Bauchspannung. Bauchspannung. Ein bisschen halten wir noch durch. Wenn du es hier spürst, ist gut. Acht. Sieben. Sechs. Fünf. Vier. Drei. Und nach hinten kreisen jetzt. Zurück. Wirklich ganz kleine Kreise. Noch acht. Sieben. Wir sind langsam nach acht. Sechs. Fünf. Vier. Drei. Zwei. Halte die Arme. Maschiere. Bleib hier. Noch ein bisschen weiter nach außen drücken. Und locker. Richtig auslockern. Während du lockerst und kreist, gehst du an den Rand deiner Matte. Die brauchst du jetzt vor dir. Locker noch mal aus. Komm. Mit geraden Rücken. Hier tief. Puls. Etwas nach unten kommen lassen. Und jetzt nimmst du deine Hände und krabbelst mal nach vorne, bis du in einem umgekehrten Dreieck landest. Bauch fest. Drück die Matte weg von dir. Und jetzt versuch einmal, ein Bein über das andere zu kreuzen. Das heißt, Beine voreinander. Ich habe jetzt rechts vorne. Jetzt schiebst du dich nach vorne und versuchst, deine rechte Hüfte Richtung Boden zu schieben. Wenn rechts Bein vorne ist. Komm noch mal zurück. Dehnung spüren. Und vor. Zurück. Teile. Geht noch. Noch zweimal. Zurückkommen. Rechte Hüfte tief. Letztes Mal. Und jetzt bleib hier. Und mach mal ganz kleine. Zehn. Neun. Acht. Sieben. Sechs. Fünf. Vier. Drei. Zwei. Einen. Löser. Komm zurück. Einmal den Fuß wieder nach vorne. Kurzen Moment absetzen. Und einen Moment entspannen. Handgelenke auslockern. Nur noch eine Seite. Und wenn wir nach vorne kommen. Nochmal Bauchnabel nach innen ziehen. Steißbein zur Decke. Jetzt kreuze ein linkes Bein vorne. Versuch dich hier zu verlängern. Atme aus. Linke Hüfte Richtung Boden. Nochmal. Geht noch. Noch zweimal. Letztes Mal. Halte hier vorne. und kleine. Zehn. Neun. Acht. Sieben. Sechs. Fünf. Vier. Drei. Zwei. Einen. Halte. Komm zurück. Füße auseinander. Leg dich ab. Und locker deine Handgelenke. So richtig aus. Schütteln. Super. Dann kommst du gleich eins weiter. Und zwar in die Seitenlage. Egal welche Seite. Lass deine Beine gleich im rechten Winkel. Leg deinen Kopf ab. Und versuche jetzt unter deiner Taille etwas Luft zu schaffen. Oberschenkel. Kleines bisschen tiefer wie ein rechter Winkel. Bauch ist fest. Hebe jetzt dein Bein hier an. Und wie kennst du bestimmte Übungen. Jetzt machst du erstmal kleine Bewegung hier. Tief hoch. Becken stabil. Nur das Bein bewegt sich. Noch vier. Drei. Zwei. Jetzt halte hier. Und jetzt versuchst du das Bein zu kreisen. Einfach ohne, dass das Becken sich bewegt. Das Knie kreist. Und jetzt schiebst du die Ferse nach vorne. Schau mal, dass dein Becken immer noch bleibt. Kraftvoll. Zehn. Zehn. Neun. Acht. Sieben. Sechs. Fünf. Vier. Drei. Zwei. Einen und jetzt halte vorn und jetzt mach die letzten Kreise hier mit dem Bein. Ganz kleine. Noch zehn, neun, acht, sieben, sechs, fünf, vier, drei, zwei und locker lassen. Bestimmt hast du ihn gespürt, oder? Den Po. Ich würde sagen, wir gehen gleich mal rum, wechseln, lass dich mal einen Moment lang nach vorne fallen, entspannen. Wir haben nur noch eine Seite. Letzte Seite. Rum zur Seite. Kopf ablegen. Jetzt schau erst wieder, dass du die Beine so fixierst, dass sie ein bisschen tiefer sind wie ein rechter Winkel. Bauch spannen, Becken ganz ruhig. Und dann gehen wir erst hier wieder tief und hoch. Jetzt der unteren Hälfte. Die spürst du vielleicht ein bisschen. Kannst du auch ein bisschen strecken oder mehr anbeugen. Halte jetzt hier, jetzt kommen die Kreise. Rest bleiben. Noch zehn, neun, acht, sieben, sechs. Am Anfang denkt man sich, es ist gar nicht so schwer, oder? Drei, zwei. Halte jetzt hier und streck nach vorne. Kraftvoll. Es wird noch zehn. Du kannst zwischendurch auch gerne mal ablegen. Acht, sieben, sechs, fünf, vier, drei, zwei. Halte vorne und jetzt noch die Kreise. Neunzehn, achtzehn, zehn, sechzehn, vierzehn, vierzehn, elf, zehn, neun, acht, sieben, sechs, fünf, vier, drei. Halte und löse. Das lohnt sich? Dann drehst du dich jetzt in die Rückenlage und mach dich am besten einmal kurz ganz klein. Oberschenkel fassen, langsam abrollen und dich einmal richtig klein machen, Knie ranziehen. Das ist jetzt angenehm. So mit den Knien, so ein bisschen kreisen, einfach locker. Ganz locker lassen. Und dann schiebst du jetzt beide Fersen einmal in Richtung Decke, versuchst die Fußspitzen anzuziehen, ganz fest die beiden Rückseite strecken und noch einmal wieder anbeugen. Nochmal strecken nach oben, nochmal anbeugen. Und dann versuchst du jetzt oben zu halten, schieb deine Fersen aneinander. Ich komme mal ein Stück zu dir. Du kannst die Hände auch unter den Po legen. Und jetzt drehst du die Knie und Fußspitzen nach außen, drückst die Fersen aneinander und schiebst deine Knie ran und wieder weg. Versuch die Innenseiten zu spüren. Und ranziehen und weg. Du könntest auch die Hände unter den Po legen, wenn du willst. Ranziehen und weg. Wirklich kraftvoll. Knie nach außen. Und die Innenseiten zueinander schieben. Den Bauch spannen. Die Fersen wirklich immer ganz fest aneinander drücken. 10, 9, die letzten, 8, 7, mach nur weiter, 6, 5, 4, 3, 2, halte oben, zittern, Unterschenkel fallen lassen. Füße nacheinander aufstellen. Kurz locker lassen die Beine so richtig auslockern, schütteln. Und dann ziehst du gleich mal dein rechtes Knie zu dir ran. Dein linker Fuß, der schiebt jetzt ganz bewusst in den Boden. Und dein rechtes Bein versuchst du in Richtung Decke zu schieben. Und es ist völlig okay, wenn das Knie leicht gebeugt ist. Jetzt drück mit dem linken Fuß in den Boden und heb dein Becken an und löse wieder. Also hoch und lösen. Rückseite spüren. Noch mal. Bleib oben. Kleine 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Und noch einmal langsam hoch und tief. Kraftvoll in den Boden schieben. Das ist die letzte Runde, okay? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Und jetzt noch mal so hoch, wie du kannst. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Und fliegender Wechsel. Links ab, also rechtes Bein ab, linkes herziehen. Du kannst dich ruhig mal kurz nach unten legen. Bein Richtung Decke. Rechter Fuß schiebt in den Boden. Und los geht's. Langsam erstmal hoch und tief. 7, 8, 9, 10. Und jetzt bleibst du noch mal oben. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3. Und eine letzte Runde langsam. 10, 9, 8, 7, 7, 6, 5, 4, 3, 2. So, und die allerletzten kleinen 10 Stück. 7, 6, 5, höher, 2, 3. Halte hier oben. Unterschenkel fallen lassen, Fuß aufstellen. Und abrollen. Beine auslockern. Hände hinter den Kopf nehmen. Eine Runde noch für die Bauchmuskeln. Die haben wir eigentlich auch schon gut gekräftigt. mit dem ausatmen deinen kopf an zieh den bauch nabelsanft nach innen und jetzt kommt deine linke hand zum rechten fuß wieder ab rechte hand zum linken und wieder ab ausatmen und ein und versuch wirklich die fingerspitzen in richtung fußspitzen zu ziehen geht noch vorsicht bleibt dann auf einer seite kleine 3 3 2 1 und ab 3 2 1 und ab ziehen und ab immer wieder auf 3 fingerspitzen in richtung fußspitzen noch 7 stück noch 6 stück noch 5 stück die letzten vier durchhalten letzten drei letzten zwei ein bauch brennt letztes mal 13 und ablegen streck dich ganz lang geschafft einmal richtig lang ziehen arme beine auseinander ziehen morgen ist übrigens thema kraftausdauer werden wir unseren stoffwechsel aktivieren fett verbrennen energie verbrauchen natürlich auch straffen und formen dass deine füße jetzt mal nacheinander aufstellen dass deine knie einfach auf eine seite rüber kippen den kopf zur gegenseite drehen mal tief in den bauch atmen nacheinander zur mitte zur anderen seite kopf zur gegenseite in den bauch atmen nacheinander wieder zur mitte fass ein bein bleibt gleich noch mal sitzen ganz aufgerichtet ein bein kreuzt über den oberschenkel und ein anderes bein ziehst du ran und jetzt richte dich auf und dann müsstest du eigentlich dein bein kreuz dein gesetz spüren deinen po muskel oder löst dann nochmal wechseln anderes bein kreuzt brustbein aufrichten dich wirklich groß werden lassen knie nach außen weg schieben noch mal wieder lösen eins weiter kommen auf deine knie hände unter die schultern und jetzt bewegt deinen ganzen rücken noch mal durch in allen möglichen richtungen nach oben nach unten nach rechts nach links wo du das gefühl hast da möchtest du dich gern noch hinbewegen die hände zurück zu den füßen und streck deine beine mal so weit wie du kannst lass den kopf hängen völlig entspannt roll dann die knie stütze dich auf die oberschenkel und roll dich ganz langsam nach oben und lass dir wirklich zeit lass deinen kreislauf mitkommen fass ein bein knie zusammen und drück den fuß so ein bisschen in die hand so den oberschenkel hier vorne spürst den hüftbeuger nochmal lösen andere seite knie zusammen fuß in die hand schieben schau nochmal ob du aufgerichtet bist aufrichtung strafft ja auch nochmal unseren bietsch bauch löst du nochmal auf hände hinten fassen brustbein heben so richtig hoch ziehen ja vorne aufdehnen vor allem auch die schultern die haben wir auch so ein bisschen geärgert vorher lass locker atme ein atme aus lass dich fallen nochmal einatmen länge bist fit für den strand nochmal ganz lang ziehen und ein letztes mal öffnen und dann räkel dich und streck dich ja den wirklich nochmal deinen bauch und rücken also wenn du lust hast geh einfach mal auf die playlist da findest du die ganzen videos auf meinem youtube kanal öffne deine arme und wir hören natürlich in der aufrichtung auf schultern zurückziehen und entspann dich vielen dank fürs mitmachen ich hoffe natürlich dass du morgen wieder dabei bist bei unserem kraftausdauertraining lade auch gern freunde ein freundinnen die sich mitbewegen sollen die diese beach body workouts mitmachen sollten oder wollen und wenn du möchtest kannst du meinen kanal abonnieren kostenfrei dann bekommst du immer mit wenn ich wieder ein neues video auf youtube stelle vielleicht hast du ja lust meine arbeit wert zu schätzen vielen vielen dank unter dem video findest du den link dazu deine unterstützung mit 2,50 Euro oder 5 Euro monatlich könntest du das schon machen oder ich freue mich natürlich wenn du ganz einfach morgen beim nächsten workout dabei bist bis dann dann